Wie verteidigt ihr euch? Ich werfe ihm Schmutz in die Augen und breche ihm die Nase. Wie groß er wohl mit dem Mund voller Blut noch ist? Ein kleiner Sieg, ohne Ehre erlangt. Wenn ein Samurai gegen einen arglistigen Feind kämpft, muss er über ihn hinauswachsen und darf nie auf sein Niveau sinken, egal wie verlockend es wäre. Ja, Onkel. Jetzt durchbrecht meine Abwehr! Zeig mir, dass Jiden Sakai ein mutiger Krieger ist. Nutzt erst einen schweren Angriff. Ein schwerer Schlag lässt Gegner tauben. Dann ein schneller Schlag. Nutzt erst einen schweren Angriff und dann schlagt schnell zu. Gute Abwehr! Gute Leistung! Ich bin erschöpft. Können wir eine Pause machen? Wir sind noch nicht fertig. Seid entschlossen und kämpft euch durch den Schmerz. Gut. Lernt jetzt zu parieren. Wartet, bis ich zuerst agiere. Sobald ich angreife, wehrt meinen Angriff an. Ihr müsst parieren, bevor ich zuschlage. Wehrt nicht zu früh ab. Schöne Parade. Wenn ich schlage, pariert. Unter Leistung, Jinn. Fernseher, woe soll ich auf die Grenzen. Das war, der Bart. Teil zum Eindruck. Untertitelung des ZDF, 2020